Außerdem wird das Geschacher der Ostblockstaaten auch beim nächsten European Song Contest nicht ausbleiben, oder Lena, was meinst du? Richtig! Ja, und deswegen gibt es keine andere Möglichkeit, moralisch sowie musikalisch und chauvinistisch, als dass wir baldmöglichst in den osteuropäischen Ländern einmarschieren. Das war ein Scherz, oder? Nein, wieso? Das war ein Scherz, oder?